Du bist wirklich ein unglaublicher... 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 Seit meiner Abreise hast du dich wirklich mehr als verändert. Du bist mir... Du bist mir fremd geworden. Fremd! Ich zeig dir mal, was fremd ist. Ich komm dir jetzt fremd! Hey! Ach nee! Wo ist die Vase? Hier! Ich zeig dir mal, was fremd ist! Das ist ja Plastik! Das ist aber nicht schön! Ich dachte, dass du so... Ich zeig dir mal, was fremd ist! Martin! Martin! Martin, ich bitte dich! Da haben wir so kurzer Gleise. Aber dazwischen muss immer noch normal sein. Und mach du das richtig so... freundlich! Nicht zu entpetiten! Mach das fortlich! Ganz klar! Und dann hier... Martin, du redest einen unglaublichen Quatsch! Was soll denn der Blödsinn aufs Fremd? Einmal! Unglaublichen Blödsinn! Ja, richtig ernsthaft! Also, seit ich... Warte mal... Sag mal... Seit meiner Abreise hast du... Hast du dich wirklich mehr als verändert? Richtig ärgerlich! Seit meiner Abreise... Du bist mir wirklich noch fremd geworden! Ha! Fremd! Ne, das darf man doch noch sehen. Fremd! Ich zeig dir mal, was fremd ist! Ich zeig dir, was fremd ist! Martin, ich bitte dich! Das ist ein Geschenk und keine Mordswaffe! Du musst mir außer Hand reißen! Achso! Und mich zum Tisch drücken! Los, drück mich zum Tisch! Ne, außer Hand reißen, dann so runter drücken! Los! Los! Ha! Pah! Martin, ich bitte dich! Das ist ein Geschenk und keine Mordswaffe! Au! Und da geht's weiter! Ja, was soll das Theater? Verdammt nochmal! Was soll denn das... Verdammt nochmal! Was soll denn das Theater? 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 Das ist ein Geschenk und eine Mordswaffe! Achso! 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 Seit meiner Abreise hast du dich total verändert! Du bist mir fremd geworden! Fremd? Ich sag dir jetzt mal hier was fremd ist! Dein blödes Geschenk! Das kannst du dir sonst mit! Achso! Ich bitte dir! Das ist dein Geschenk und keine Mordswaffe!